Musik Führt mit 2 zu 1 gegen die Tischtennisfreunde aus Oxenhausen. Nun kommt es zum vierten Einzel zwischen Anja Hun und Jakob Dias. Sehr, sehr stark. Wieder der Ausgleich. Die 15. Aber auch die sind keine Jacke. Und diesen Hund, der sich gewinnt, den ersten Satz mit 14 zu 12. Spannend, 14 zu 12. Kann er an ihr Hund diesen für sie entscheiden. Nun geht es weiter mit dem zweiten Satz. Und es geht gleich los mit einem krassen Ballwechsel hier. Und Jakob Diaz holt in sich. Schauen Sie mal, er trifft den Hund den Ball mit der Kante. Jakob Diaz verschätzt sich leicht, schießt er mit der Rückhand. Stark gespielt hier von Jakob Diaz. Und diesmal nutzt er direkt den Herd. Und diesmal nutzt er direkt den Herd. Die Führung für den Koreaner an hier und im Trikot des TTC 9. Es gibt den Satzball. Aber wieder kann er an ihr Hund diesen. Und wieder holt sie ja. Zu zweifelkürzen. Auch diesen. Und jetzt holt er sich den Match. Und den nutzt er. Anja Ohn gewinnt 3 zu 0 gegen Jakob Diaz. Und holt somit die 3 zu 1. was End heures. Missbild Bette. Test Anek up. en. Missbild Bette. ля Fred Bette. Que theta gibt em Qual Tokyo. Back em쿠 hopember Nicole. Esperなた ли nein frust sein. ��點 wh��る。 itsHS. für es Ihr. Gemini.